Moin Freunde, herzlich willkommen auf dem Neosupps Kanal. Ich bin Dominik und ich zeige euch heute mal meine drei Favorite Supplements, die bei mir auf jeden Fall niemals fehlen dürfen. Zum einen ist es morgens, meistens vor dem Gym, knalle ich mir den Violence Booster rein. Gebt dir richtig guten Fokus, du bist direkt am Start und kannst direkt loslegen. Dann wisst ihr ja, spiele ich hauptberuflich Fußball. Ganz ganz wichtig für mich nach dem Training, nach einer intensiven Einheit, darf natürlich auch ein Way nicht fehlen, in diesem Fall das Clear Isolat, sehr sehr fruchtig. Mein Lieblingsgeschmack Strawberry Kiwi, wie gesagt sehr erfrischend, gerade nach einer intensiven Einheit knalle ich mir das nach jedem Training rein und ich habe natürlich auch was für meine Spieltage, die Neosupps Riegel, absoluter Favorit, der Jocktop, ob vor dem Spiel oder an der Halbzeit, meistens mache ich halb halb, also Hälfte vor dem Spiel, Hälfte in der Halbzeit und dann habe ich auch wieder Kraft für die letzten 45 Minuten. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Sollte es euch gefallen haben, lasst gerne ein Like da oder abonniert den Kanal und dann bis bald.